Viele von uns lieben es, spät in der Saison noch Skifahren zu gehen, wenn die Tage länger werden und die Temperaturen viel angenehmer sind. Doch einen Nachteil höre ich immer wieder, nämlich dass die Pisten dann sulzig sind. Dieses Video erklärt dir, wie du damit umgehen kannst. Was ist Sulzschnee denn überhaupt? Nun, im Winter, wenn es kalt ist und der Schnee frisch gefallen ist, fallen die Schneeflocken wunderbar ineinander und sie haften aneinander. Dadurch bilden sie eine kompakte Schicht. Aber wenn der Frühling kommt, wird es wärmer und dann schmilzt der Schnee in der Schick teilweise. Es entsteht Schmelzwasser und die Schneedecke wird immer schwerer und schwerer. Nachts friert es oft noch und dadurch gefriert die Piste. So entsteht eine Art Eiskörnchen. Und diese Eiskörner können nicht mehr zusammenkleben. Und sobald es tagsüber ein bisschen wärmer wird, lösen sie sich voneinander. In Kombination mit Schmelzwasser erhält man dann Sulzschnee. Tja, manchmal haben wir solche Bedingungen. Es ist einfach warm und es bildet sich Schneematsch. Der Schnee wird nass, fällt auseinander und dadurch entstehen Buckel und Häufchen. Und vielleicht kommt es dir bekannt vor, in solchen Situationen verliert so mancher schnell das Gleichgewicht. Die Haltung beim Skifahren ist hier unglaublich wichtig. Weil wir durch die Unterlage sehr schnell aus dem Gleichgewicht geraten, neigen wir dazu, unseren Oberkörper zu bewegen. Und das führt dazu, dass sich die Skier auch in alle Richtungen bewegen. Achte darauf, deine Bauchmuskeln anzuspannen. Dadurch hast du viel mehr Kontrolle. Mein erster Tipp wäre, den Skitag gut zu planen. Und das bedeutet, mit der Sonne zu fahren. Wenn die Sonne erst kurz über dem Hang steht, bekommt man so eine schöne weiche Schicht. Und das ist wirklich toll zum Skifahren. Aber wenn die Sonne länger geschienen hat, wird die Piste sulzig. Und das wollen wir lieber nicht. Wenn die Piste zu lang in der Sonne lag, einfach zum nächsten Hang weiterfahren. Denn die Sonne wandert natürlich im Laufe des Tages. Dieser Nordhang hier lag fast den ganzen Tag im Schatten. Und am Ende des Skitages ist die Piste noch immer gut. Dann die Geschwindigkeit. Man braucht Tempo, um durch den weichen Schnee zu kommen. Und genau hier liegt für viele der Knackpunkt. Denn eine höhere Geschwindigkeit ist aufregend und macht so manchem Angst. Aber ich kann euch versichern, dass du durch den nassen Schnee abgebremst wirst. Und deshalb kann man kaum zu schnell fahren. Achte darauf, dass du stets gleitest. Es klingt jetzt einfach, aber bremse deine Schwünge nicht an. Das Anbremsen sorgt nämlich dafür, dass du dich jedes Mal aufs Neue in Bewegung bringen musst. Fahre einen gleichmäßigen Rhythmus. Dann wirst du feststellen, dass es weniger Kraft kostet. Mein letzter Tipp ist ein Materialtipp. Wenn du durch Sulzschnee fährst, sinken deine Skier tiefer in den Schnee ein, weil dieser weicher ist. Statt für einen reinen Pistenski wie diesem hier, kannst du dich auch für einen All-Mountain-Ski entscheiden. Der ist oft ein bisschen breiter und häufig auch ein bisschen länger. Und dadurch schwimmt der Ski mehr auf dem Schnee. Du hast eine Art Surfgefühl. Ich finde, dann macht das Skifahren durch den Sulzschnee richtig Spaß. Ich hoffe, ihr habt von diesen Tipps etwas mitgenommen. Denn für viele von uns ist das Skifahren durch Sulzschnee immer noch eine echte Aufgabe. Ich persönlich habe die Abfahrten im Frühling immer mehr zu schätzen gelernt. Ich bin sehr neugierig, was du darüber denkst. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.